hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin heute wieder auf dem ticket und heute habe ich das spiel juni johnny ist das richtig ausgesprochen keine ahnung aber ich sage ich das spiel ich hab's auch schon mal gespielt und daher ich hab den account also viel spaß und bis ok und da sind wir habt das spiel kurz hochgeladen jetzt geht es hier los ein brief aus berlin noch ein brief aus berlin luft post eine milch dann haben wir was haben wir noch hier hier vorne kann ich sachen bauen wege und da war ich ja gerade hier gibt es gebäude im besitz im besitz hier gibt es felder sonnenblumenfelder schön was gibt es hier da event sachen sind das wo ich kann meine wille umgestalten auch nice und da so sieht es bislang bei mir aus ich kann auch die sachen hin und her schieben irgendwie so bestätigen die hunde setzen wir davor bestätigen das ist picknick der kann da bleiben ich würde mal sagen den einbusch den kann ich nicht verschieben ach das ist unkraut naja unkraut nicht aber das sieht hier ein bisschen doof aus hier ist der weg und da ist der weg da ne das muss ich schicker machen das ist also ein runter ha perfekt ja genau so na gut dann gehen wir mal zum spiel und da ist halt suchen angesagt wir sind in dem waldweg und ich muss mal die drei sachen suchen die hier unten stehen werden wir gleich sehen ich probiere immer in ein stück den waldweg jetzt das so komplett durchzuspielen weil ich merke mir dann wo alle sachen sind und wenn ich dann später weiterspiele muss ich wieder nicht so recht finden suchen wo was was ist also vogelnest haben wir da zack ein schubka haben wir da ein fass haben wir da brennholz haben wir da eine feldflasche haben wir da ein apfel haben wir da kompass korbisch korbisch stiefel haben wir da tanzsapfen haben wir da eine sense haben wir da kompass keine ahnung ach da ist der gut man kann auch immer die uhr benutzen dann weiß halt genau wo das ist die fühlt sich auch immer wieder auf also du wirst sogar so fertig mit das mit den suchen ich bin auf rang 8 bislang wir spielen weiter schubkarre bären und feldflasche jetzt kann ich schon mal schauen feldflasche schubkarre aber wo sind die bären hier sind bären ich hoffe der meint die auch feldflasche schubkarre ein eimer brennholz einmal paket ach da hängt der eimer eine machete erste hilfe kasse habe ich hier gesehen ein waschbärer habe ich da gesehen ein eichhörnchen keine ahnung vogelhaus haben wir da die zeit ist abgelaufen also das ist mal der bonus schlüssel und ach das eichhörnchen wo ist jetzt der schlüssel die zeit für den bonus ist abgelaufen deswegen wird es jetzt ein bisschen länger dauern ach da super und gerade habe ich fast den ganzen stern bekommen jetzt habe ich vielleicht einen halm mein name ist beute beute mal zwei ich habe ihn mir nicht ausgesucht da wollte mir so gegeben vorhin ist glühwürmchen ist der hier glaube ich großer wagen ist der sternzeichen ok dann schauen wir mal ok dann ist das hier glühwürmchen vorhin ist der wolf habe ich da irgendwo gesehen die axt apfel sind sie da ist wieder die zeit die bonus ach da ist der wolf lichterkette eine libelle habe ich da gesehen ein bienenstock da und schraubschlüssel da naja und wie voll ein bisschen weniger wie ein halm stärker und die bonuszeit läuft gleich gleich immer schneller ab das ist halt die story die frau hat ihre schwester besucht glaube ich war das und da war irgendwas gewesen ein mord ich habe die story nicht richtig verfolgt weil ich bin einer der lieber spielt als stories hört außen bei world of walkcraft da fand ich die story richtig cool na egal erleuchtetes fenster ok da eine mütze ist die hier bestimmt kopfstiefel haben wir das eine eule haben wir da ein bienenstock haben wir da eine laterne wo ist die laterne eine lichterkette ach scheiße zeit abgelaufen da ist die laterne ein herz ein fernglas fliegen papierflieger ein herz herz bestimmt irgendwo eingraviert ach das eine mutter mal da 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 ist ein papierflieger und wo ist das fenenglas 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 ach mensch wo ist denn das fenenglas da ja mörder genau da war einer umgebracht worden da ist bestimmt gerade mal ein trittes oder sowas ach noch nicht mal eine axt haben wir hier hinten war irgendwo die axt ne blume glühwürmchen glühwürmchen war da drinne eine axt 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 wo ist ein blumen da ist die axt glühwürmchen axt glühwürmchen blumen da blume glühwürmchen axt apfel brennholz bienstock libelle lichterkette fahrrad kranz kranz rauch 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 eichel wo sind die eichel da sind die eichel kranz ach da naja schnell weitergehen jetzt wisst ihr ungefähr wie das spiel geht und jetzt müssen wir ganz schnell alles durchspielen federmaus größer wagen vor allem der eimer ich habe den eimer fest da war der eimer sense schraubschlüssel kerze papierflieger war da fernglas eichel eichel war das fernglas wo war fernglas nochmal ach stimmt hm ok schubkarre mütze und laterne da ist die laterne laterne schubkarre mütze kompass sense schlüsse schlüsse käfer war auch hier irgendwo gewesen da käfer motte machete kerze rauch schulia selklas da diesmal habe ich es nicht vergessen ich bin schon beim letzten stern das läuft ja schon mal richtig gut schaufel sense libelle ok schaufel sense der kranz die motto der schlüssel hing da streichholz fahrrad da schnecke fuchs 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 da 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 wassermelone wassermelone da ein gewehr gewehr da eine schnecke noch ach da ist das gewehr man kann auch sich das ganze bild so einfach kurz anschauen sich merken wo alles ist man muss natürlich auch bedenken zum beispiel große waren meinen sie den da und da meinen sie kein auto mit oder fuchs ist diese karte das hier ist bestimmt irgend so ein zeichen dann wird hier angegeben na gut aber wir schauen weiter eine laterne war die hier oben ein vogelnest war das eine pfeife 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 ich sehe keine pfeife 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 pfe Schlange müsste ja unten irgendwo sein oder nicht? Außer wenn es eine Baumschlange ist. Ach, da ist die Krähe. Nummer 1. Da. Schlange, Feder. Schnecke. Schnecke haben wir hier gehabt. Eine Tasse. Ach, da ist die Schlange. Wo ist noch eine Feder? Das ist ein Stinkjahr. Ach. Und? Nächste Runde. Ein Paket. Die Blume war hier hinten und der Schlüssel hing da. Schlüssel, Paket, Blume. Jetzt war hier, Krähe war da. Motte war hier. Die Eicheln waren... Ach, da in einem Baum. Schnecke. Bienenstock. Das Gewehr war da an der Seite. Opfen. Strickleiter. Ach, hier. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich denke, das ist jetzt die letzte Runde. Und... Waschbär. Waschbär. Libelle. Ich habe die Libelle verloren. Erste Hilfe. Streichholz. Matte. Feldflasche. Feldflasche. Ach, der Fuchs. Stinktier. Herz. Hirsch. Magnet. Hirsch. Magnet. Wurfstern habe ich auch gesehen. Ja. Magnet. Magnet. Fertig. Ich habe die Runde geschafft. Ich bin auf Platz 7 hochgerutscht. Vielleicht kein sehr gutes Ergebnis, wenn ich Nummer 1 anschaue. Der hat über 24.000 Punkte mehr. Also 26.000 ungefähr. 26.200. 202. Gut. Dann gehen wir zur Insel zurück. Jetzt öffnen wir unsere Truhen, die wir gekriegt haben. Oh. Ich habe den Ersthelfer gewonnen. Kann ich den auch gleich einbauen, oder? Da. Das kann ich jetzt aufbauen. Ich habe genug Ressourcen. Aufbauen. Aufwerten. Und wo ist der Ersthelfer? Der Ersthelfer war bei Gebäude, glaube ich. Nee. Beim Weg. Nein. Wo ist der Ersthelfer? Der ist doch jetzt in meinem Besitz. Bei Häuser war der nicht. Bei Feldern war der dann. Bei Feldern war der dann. Da. Platzieren. Ich kann den nicht drehen. Erste Helfer. Ernte Helfer. Ach, Stefan. Da ist mein Geschenk. zum Mitteln in nichts. Obwohl ich gar keine Ernte habe. Gemeistert. Oh, das letzte Kapitel. Was ist ja nice. Vielleicht komme ich da ja nochmal irgendwann hin. Aber ich würde mal sagen, für was heute reicht es. Das sind bestimmt 10 Minuten, die wir gespielt haben. Oh, hier komme ich später noch zu einem anderen Teil von der Insel. Hier ist ein ganz großes Gebiet. Da ist noch ein Hafen. Hier ist eine Kirche. Reichste Fallspiel in Kapitel 5. Kapitel 5 war das. Ach, ich bin erst Kapitel 2. Hui, das dauert ja noch richtig lang. Ei, 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 ei. Kapitel 7. 27 Sterne. Kapitel 3. Oh, wenn ich Kapitel 3 fertig habe, sehe ich hier einen Leuchtturm, so wie es aussieht. Na gut. Das war's für heute. Ich beende das Spiel und sage Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Guten Flug. Pretty cool. Das war's für heute.